In dieser Stadt treibt eine zerstörerische Kraft ihr Unwesen, wie ich sie noch nie erlebt habe. Glauben Sie an den Sensenmann? Das FBI macht sich große Sorgen wegen dieser Todesfälle. Die sehen zwar alle aus wie Infarkte, aber wenn man die Leute dann später aufschlitzt, sind ihre Adern total blitzblank. Aber man sieht Spuren, dass ein Mordsdruck auf die Herzen gewirkt hat, als hätte man das Leben geradezu herausgequetscht. Hast du irgendeine Theorie, Frank? Nein? Das sollten Sie aber. Ich kann Verbindung mit dem Jenseits aufnehmen. Ich sehe Geister von Menschen, die tot sind. Keine Ahnung wieso. Hey Walt, Bannister wurde zuletzt auf dem Parkplatz vom Restaurant gesehen. Ist wie ein besenktes Abgehauen. Was starren Sie denn so wie ein Elch? Was ist das für eine Nummer? Und wer zum Teil bist du? Der Tod. Ich kann dich nicht vor ihm schützen. Ich komme nicht gegen ihn an. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihn zu kriegen. Und dazu muss ich mich von meinem Körper trennen. Das war's. Gelächter. Das ist ein Laufen. Das ist Ihr Schuss. Und hier ist es ein Laufen. Das ist etwas ich.